Ja, herzlich willkommen alle zusammen. Freut mich, dass ihr alle da seid. Lasst uns mit deinem Gebet beginnen. Himmelscher Vater, wir wollen dir danken für die Möglichkeit, dass wir wieder zusammenkommen können, um dein Wort zu studieren, um diesen großen Kampf immer besser zu verstehen und wollen dich um die Führung durch deinen Geist bitten, dass wir vor allem dich immer besser verstehen, dass wir deinen wunderbaren Charakter der Liebe erkennen, dass wir verwandelt werden in dein Ebenbild. Und so leite uns du nach deinem Willen in deine Wahrheit. In Jesu Namen. Amen. Okay. Ja, herzlich willkommen. Freut mich, dass ihr alle da seid. Heute studieren wir angelehnt an das zweite Lektionsthema vom Schatten zum Licht. Und zwar ist das Thema in der Lektion die zentrale Frage Liebe oder Egoismus. Nachher geht es auch noch, wie in der Lektion, um die Zerstörung Jerusalems. Wir wollen jetzt aber erstmal nochmal eine kurze Wiederholung vom letzten Mal machen, einfach um den Anschluss zu bekommen und auch zu sehen, wie die Themen aufeinander aufbauen. Und dazu machen wir erstmal eine kurze Zusammenfassung. Also letztes Mal war das Thema der Krieg hinter allen Kriegen. Es ging vor allem um Offenbarung 12, dieser Kampf im Himmel zwischen Michael und dem Drachen. Und jetzt nochmal die Frage, worum ging es eigentlich in diesem Kampf? Also ist das ein Kampf, wie wir ihn uns irdisch vorstellen, wo jetzt irgendwelche Mächte mit Schwertern irgendwie gegeneinander kämpfen? Ich meine, Engel letztendlich in der Bibel sind Geister. Sie werden als Geister beschrieben. Und inwieweit kann man überhaupt physisch gegen einen Geist kämpfen? Kann man sich auch mal fragen. Jedenfalls haben wir gesehen, dieser Kampf dreht sich um Gottes Gesetz, seine Regierung und seinen Charakter. Also, wie Gott eigentlich sein Universum regiert. Und dann war eher die Frage, welche Mittel werden denn in diesem Kampf eingesetzt? Und dann haben wir gesehen, Gott kann sich nicht der Mittel bedienen, die Satan einsetzt. Wie zum Beispiel Lüge, Täuschung und Gewalt. Sondern er benutzt nur als Mittel die Demonstration seiner Liebe, Wahrheit und Güte. Und es ist also eher ein geistlicher Kampf. Und welche Lüge oder Täuschung setzt Satan in die Welt? Womit hat dieser Kampf begonnen? Nun, was er eigentlich gemacht hat, ist, er hat es so aussehen lassen, dass Gott so ist, wie er eigentlich selbst ist. Also, selbstsüchtig, täuschend, zwingend, ein Tyrann, der uns willkürlich bestraft, wenn wir seinen Regeln nicht befolgen. So versucht Satan, Gott darzustellen. In Wirklichkeit ist das aber die Art und Weise, wie er seine Macht durchsetzen möchte. Und da ist die Frage, wie ist Gott mit dieser Anschuldigung umgegangen? Wie hat Gott darauf reagiert? Nun, wir haben gesehen, er wendet niemals physische Gewalt an. Das sind nicht die Prinzipien seines Reiches, die wir gelesen haben. Er kann so die Rebellion nicht besiegen. Sondern er offenbart seine selbst aufopfernde Liebe bis hin zum Tod an Kreuz. Dafür ist er Mensch geworden, um bis zum Ende zu zeigen, dass er diese Mittel eben nicht einsetzt. Und wann und wie wurde Satan also besiegt oder aus dem Himmel geworfen? Ich hatte auch noch einen interessanten Gedanken, vielleicht bevor wir weitermachen. Ich finde es immer schön, wenn man in der Bibel mit ganz einfachen Versen und Gedanken eigentlich sich diesem Thema nähern kann. Es steht ja auch in der Bibel, dass Satan vom Himmel gefallen ist. Also in Jesaja 14, da heißt es, wie bist du vom Himmel gefallen, du Morgenstern? Oder Jesus sagt auch in Lukas 10, Vers 18, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Jetzt wenn ich denke, dass hier diese Sprache in der Offenbarung, wo man sagt, ja Satan wurde von Gott oder von Michael und seinen Engeln aus dem Himmel geworfen. Und man denkt, da ist ein physisches Element dabei. So, dass sie das sozusagen, ja, per Gewalt auch durchsetzen mussten. Und deswegen ist Satan dann gefallen. Dann haben sie ihn praktisch, ja, wie geschubst. Also wenn ich jemanden schubse, dann gehe ich nicht danach hin und sage, ich habe gesehen, wie er gefallen ist. Also entweder jemand fällt selbst oder man bewirkt es von außen. Und so ist es interessant, dass die Bibel auch sagt, dass er einfach gefallen ist. Und wir haben gesehen, am Kreuz wurde Satan durch die Offenbarung von Gottes Liebe vollständig aus den Herzen der ungefallenen himmlischen Wesen vertrieben. Ja, in dieser Art und Weise wurde er vertrieben oder hinausgeworfen, indem er eben kein Gehör mehr fand bei den himmlischen Wesen. Das war vor 2000 Jahren. Warum sind wir immer noch in diesem großen Kampf? Warum existiert Satan noch, wenn er doch besiegt wurde dort am Kreuz? Nun, weil der Mensch dieselbe Offenbarung braucht, die der Himmel schon hatte. Und der Unterschied zwischen Satans Regierung und Gottes Regierung hier auf Erden vollständig klar werden muss. Also während der Himmel es schon vollständig begriffen hat, geht hier der Kampf noch weiter. Und soll noch vollständiger diese Prinzipien, diese Gegensätze offenbaren. Und jetzt in der Lektion 2 geht es eben um diese zentrale Frage, diese entgegengesetzten Prinzipien. Oder steht Liege. Also Liebe oder Egoismus. Das ist die zentrale Frage. Und da möchte ich nochmal ein Zitat hier mit euch teilen, das sehr grundlegend ist für dieses ganze Studium und auch wie wir es angehen. Das heißt hier im Buch Erziehung, die Bibel ist ihr eigener Ausleger. Und die Heilige Schrift muss mit der Heiligen Schrift verglichen werden. Und jetzt sagt sie in Bezug auf welches Studium diese Prinzipien sehr wichtig sind. Sie sagt, der Student sollte lernen, das Wort als Ganzes zu betrachten und die Beziehung zwischen seinen Teilen zu erkennen. Also wir sollen die ganze Geschichte mit einbeziehen. Was wir gerne machen ist, wir benutzen die Belegtextmethode, wollen einen Punkt beweisen, gehen irgendwo in der Bibel hin und suchen uns die Verse zusammen, die unseren Standpunkt beweisen. Aber was sie hier sagt ist, wir können eigentlich alles erst richtig verstehen, wenn wir die Bibel als das annehmen, was sie ist. Nämlich eine Geschichte, die wir erst vollständig begreifen, wenn wir sie zu Ende gelesen haben. Von vorne bis hinten. Stellt euch einen Film vor. Vielleicht habt ihr früher auch Filme geguckt, wie ich früher. Da gibt es manchmal so Filme, da wird erst ganz am Ende aufgelöst, um was es eigentlich die ganze Zeit ging. Wie so ein Plottwist. Und würde es diese Auflösung nicht geben, hätte man vielleicht eine ganz falsche Vorstellung von dem, worum es in dem Film überhaupt geht. Und so ist es auch in der Bibel. Jesus kommt am Ende und rückt alles ins richtige Licht. Und erst durch ihn können wir wieder zurückgehen und alles richtig verstehen. Also wir müssen die Bibel als Ganzes betrachten, als Geschichte, in der sie gegeben ist. Dann heißt es weiter, er sollte das große Hauptthema der Bibel kennenlernen, den ursprünglichen Plan Gottes für die Welt, die Entstehung des großen Streits oder Kampfes und das Erlösungswerk. Er sollte das Wesen der beiden Prinzipien verstehen, die um die Vorherrschaft ringen. Und er sollte lernen, ihr Wirken durch die Aufzeichnung der Geschichte und der Prophezeiung bis zur großen Vollendung zu verfolgen. Also im großen Kampf geht es um zwei Prinzipien, die um die Vorherrschaft ringen. Und wir sollen das überall in der Geschichte erkennen. Er sollte sehen, wie diese Kontroverse in jede Phase menschlicher Erfahrung eindringt. Wie er selbst in jede Handlung seines Lebens das eine oder das andere der beiden gegensätzlichen Motive offenbart. Und die gegensätzlichen Motive sind der Charakter Satans oder der Charakter Gottes. Oder man kann sagen Liebe oder Egoismus, Selbstsucht. Und wie er sich, ob er will oder nicht, schon jetzt entscheidet, auf welcher Seite der Kontroverse er sich wiederfinden wird. Also unter diesem Aspekt sollen wir eigentlich die ganze Bibel lesen und dieses Thema des großen Kampfes. Also was sind die beiden gegensätzlichen Motive? Nun, beim Sündenfall kam das gegensätzliche Motiv in die Welt. Hier in Schritte zu Jesus beschreibt Ellen White, dass im Sündenfall die Selbstsucht an die Stelle der Liebe trat. Also der Mensch war vollkommen geschaffen nach der Gesinnung Gottes, mit der Gesinnung der Liebe. Und jetzt hat er durch Satan dieses andere Motiv bekommen, nämlich die Selbstsucht. Das ist grundlegend diese Krankheit der Sünde, mit der wir infiziert sind. Wenn man es auf ein Wort runterbrechen will, das ist die Selbstsucht. Die Wurzel der Sünde und auch der Rebellion gegen Gott. Und jetzt nochmal die Frage, was war denn der Auslöser für diese Rebellion? Also wir wollen nochmal ganz an den Anfang gehen und uns fragen, ja, wie kam diese Rebellion auf? Warum wurde Lucifer selbstsüchtig? Ich meine, klar können wir es nicht im Einzelnen erklären. Wir können keine logische Begründung dafür geben. Aber trotzdem können wir uns dem annähern, zu einem bestimmten Punkt, was eigentlich dazu geführt hat, dass Selbstsucht und Rebellion aufkamen. Und das Schöne ist, wenn wir diesen Auslöser entdecken, dann wissen wir auch, wenn der beseitigt wird, dann wird auch die Rebellion wieder beseitigt. Darum geht es ja in dem ganzen großen Kampf, oder? Dass die Rebellion zu einem Ende kommt. Dass dieser große Kampf zu einem Ende kommt. Also was war der Auslöser für diese Rebellion? Lesen wir mal hier im ersten Kapitel vom Leben Jesu, wo sie beschreibt, warum Christus Mensch wurde. Sie sagte, die Erlösten, wie auch die Ungefallenen Wesen, werden in dem Kreuz Christi ihre Wissenschaft und ihr Lied erblicken. Dann werden sie erkennen, dass die Herrlichkeit, die vom Antlitz Jesu widerstrahlt, der Abglanz seiner aufopfernden Liebe ist. Im Lichte Golgathas wird es deutlich, dass das Gesetz der entsagenden Liebe das auf Erden und im Himmel gütige Lebensgesetz ist. Es ist auch schön, wie das Gesetz jetzt erstmal hier beschrieben wird. Es ist das Gesetz der aufopfernden oder entsagenden Liebe. Es ist auch im Himmel das Lebensgesetz, nachdem alles im Universum funktioniert. Und dann sagt sie, dieses Gesetz wurde ausgerechnet im Himmel übertreten. Die Sünde entsprang der Selbstsucht. Wir kommen gleich noch dahin, was auch der Grund für diese Selbstsucht war. Aber sie sagt jetzt hier, im Himmel begann das. Die Sünde entsprangen der Selbstsucht. Und Luzifer, der schirmende Cherub, wollte der Erste im Himmel sein, ertrachtete danach, die himmlischen Wesen zu beherrschen, sie dem Schöpfer abspenstlich zu machen und ihre Huldigung für sich zu gewinnen. Deshalb verleumdete er Gott und schrieb ihm den Wunsch nach Selbsterhöhung zu. Also interessant. Satan hat jetzt Gott als denjenigen dargestellt, der sich selbst erhöhen möchte, der selbstsüchtig ist. Die eigenen übenden Wesenszüge versuchte er dem liebevollen Schöpfer anzulichten. Und so täuschte er Engel und Menschen. Er verleitete sie, an Gottes Wort zu zweifeln und seiner Güte zu misstrauen. Weil Gott ein Gott der Gerechtigkeit und furchterregender Hoheit ist, veranlasste Satan sie, ihn für hartherzig und unversöhnlich zu halten. Dadurch verführte er die Menschen, sich seiner Rebellion gegen Gott anzuschließen. Also was führte zur Rebellion? Die Rebellion konnte nur gelingen, sobald die Wesen Gottes, die Geschöpfe Gottes, dazu verleitet wurden, Gott als jemanden anzusehen, der er gar nicht ist. Also ein falsches Gottesbild. Und das ist genau, was sie jetzt schreibt. Durch das Missverstehen Gottes wurde die Welt verfinstert. Damit die dunklen Schatten erhellt und die Schöpfung zu Gott zurückgeführt wurde, musste Satans trügerische Macht vernichtet werden. Also seine Rebellion muss vernichtet werden, mit der Täuschung, die er bringt. Das aber konnte nicht durch Gewaltanwendung geschehen. Gewaltausübung steht den Grundsätzen der Herrschaft Gottes entgegen. Also die Anklage war ja gerade, Gott ist ein Tyrann, oder? Der zwingt uns einfach seine Regeln zu befolgen. Und wenn wir es nicht tun, dann? Ja, was dann? Gott kann keine Gewalt verwenden. Denn wenn er es tun würde, würde er Satans Anklage bestätigen. Das heißt, Gott muss Wege und Mittel finden, dass er selbst wieder richtig verstanden wird. Und das hat er getan, indem er Mensch wurde und seine Liebe einfach offenbart hat. Ja, es heißt hier, der Gegensatz seines Charakter zu dem Charakter Satans musste offenbart werden. Und am Kreuz ist das geschehen, in allerdeutlichster Weise. Da stand die Herrlichkeit Gottes zu der Hässlichkeit Satans im krassesten Kontrast gegenüber. Diese beiden entgegengesetzten Motive, die im großen Kampf um die Herrschaft streiten. Und was ist dadurch jetzt beim Sündenfall beim Menschen geschehen? Also wir verwenden jetzt ein bisschen Zeit darauf, da das ja auch Thema in der Lektion ist, Liebe und Egoismus zu definieren und auch zu sehen, woher der Egoismus kam und was es mit uns gemacht hat. Was es mit dem ganzen Sündenproblem zu tun hat. Also Satan kam jetzt auf die Erde und brachte dieselbe Taktik, die er schon im Himmel verwendet hat, zu den Menschen. Und als erstes sagt er zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben. Also er sagt erstmal, Gott hat gelogen. Ja, Gott hat gesagt, ihr werdet sterben, aber das stimmt nicht. Und dann sagt er weiter, Gott weiß an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet, ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Was macht er hier? Was? Wie stellt er Gott dar? Ich meine, sie hatten alles von Gott. Oder sie hatten den, sie waren dort im Garten, der der Plan Gottes war, dass sie immer weiter wachsen in der Erkenntnis Gottes und dass sie dann den Platz der gefallenen Engel einnehmen. Also sie waren im Bilde Gottes geschaffen. Und was versucht Satan hier? Was er im Prinzip sagt ist, Gott möchte euch hier etwas vorenthalten. Da ist etwas Gutes, was ihr haben könntet, aber Gott ist selbstsüchtig. Er hat nicht euer Bestes im Blick, sondern er möchte euch da etwas vorenthalten. Jetzt, das war eine Lüge, natürlich. Aber was passiert in dem Moment, wo diese Lüge geglaubt wird? In dem Moment, wo sich der Mensch entschieden hat, dieser Lüge zu glauben, hat er auch ein falsches Gottesbild angenommen, nämlich Gott als selbstsüchtig wahrgenommen. Die geglaubte Lüge Satans, dass Gott ihnen selbstsüchtig etwas vorenthält, zerbrach ihr Vertrauen zu Gott. Und nun sahen sie Gott als selbstsüchtig an, der nicht ausschließlich ihre besten Interessen im Sinn hat. Und was löst das in einem aus? Wenn ich jetzt auf einmal denke, dass das mächtigste Wesen im Universum, der Schöpfer, der Allmächtige, nicht meine besten Interessen im Sinn hat, was macht das mit mir? Und wir lesen es, wie sie reagiert haben in 1. Mose 3. Sie haben sich versteckt vor ihm und sie haben sich gefürchtet vor ihm. Also das falsche Gottesbild führt dazu, dass ich mich fürchte. Und wozu führt das jetzt, wenn ich mich vor Gott fürchten muss? Und wenn ich denke, dass er nicht mehr meine besten Interessen im Blick hat? Sobald sie Gott als selbstsüchtig ansahen, bekamen sie Angst vor ihm und versteckten sich vor ihm. Und wie muss ich jetzt handeln, wenn ich glaube, dass das mächtigste Wesen im Universum, nämlich Gott, nicht meine besten Interessen im Sinn hat? Ich muss mich jetzt um mich selbst kümmern. Und ich muss mich selbst beschützen. Das heißt, ich werde selbstsüchtig. Nun gilt sozusagen dieses Prinzip Survival of the fittest, das Gesetz des Überlebens des Stärkeren. Ich muss jetzt nach mir selbst schauen. Und so kommt eigentlich durch das falsche Gottesbild diese Sünde der Selbstsucht, diese Veränderung meiner ganzen Gesinnung hin zur satanischen Natur, mit der der Mensch infiziert ist und was Adam weitergegeben hat an alle seine Nachfahren. Wir als Menschheitsfamilie werden mit dieser Krankheit, mit diesem Virus der Selbstsucht geboren. Wir können nichts dafür, aber so ticken wir seitdem. Und Gott hat natürlich eingegriffen, um uns wieder zu heilen davon. Und das ist jetzt wichtig zu verstehen. Diese geglaubte Lüge zerbrach die Liebe und das Vertrauen zu Gott. Das ist aber eigentlich, was das Leben ausmacht. Dass wir Gott lieben, dass wir ihm vertrauen und somit auch Leben von ihm beziehen. Aber in dem Moment, wo ich dieses Vertrauen zerbreche, trenne ich mich auch von Gott. Und deswegen führt die Sünde zum Tod. Und seitdem leben wir in Angst und Selbstsucht. Und dieser Zustand der Selbstsucht ist die Wurzel der Sünde der Welt. Alle Sünden entspringen aus dieser Angst und aus dieser Selbstsucht. Und deshalb besteht die Befreiung von der Sünde in der Beseitigung der falschen Vorstellung von Gott. Damit wir wieder Liebe und Vertrauen zu ihm haben können. Damit fängt alles an. Das heißt, Jesus kommt, bringt die Wahrheit über Gott. Dass Gott überhaupt nichts gegen uns hat. Ich meine, beim Sündenfall wurde nichts in Gott verändert. Sein Gesetz wurde nicht verändert. Die einzige Veränderung, die stattfand, war im Menschen. Gott liebt uns noch genauso wie vorher. Und er geht aus sich heraus, aufs Äußerste, um uns wieder mit sich zu versöhnen. Gott muss nicht mit uns versöhnt werden. Wir müssen wieder ein richtiges Bild von ihm bekommen. Und dazu beseitigt er diese Anklage Satans. Diese falsche Vorstellung, indem er selber Mensch wird, für uns stirbt und zeigt, dass er uns immer noch liebt. Dass er uns vergibt. Und dass wir frei zu ihm kommen können. Und ihm wieder vertrauen können. Und ihn lieben können. Und diese Gesinnungsänderung in uns ist die Befreiung von der Sünde und die Rettung. Das ist eigentlich ein wunderbares Geschenk. Wir müssen uns nur glauben, ihm vertrauen, ihm bitten, dass er seine Liebe wieder in uns erschafft. Im Glauben darauf handeln. Und während wir das tun und darauf reagieren, heiligen wir uns auch. Also erleben wir auch einen Heiligungsprozess ab diesem Zeitpunkt. Und um diese Liebe und das Vertrauen zu Gott wiederherzustellen, kann Gott keine Mittel verwenden, die noch mehr Angst vor ihm erzeugen würden. Das heißt, es ist jetzt sehr wichtig, wie wir Gott darstellen. Wie wir Gott den Menschen erklären. Erklären wir Gott als jemand, der, ja, wo wir in irgendeiner Form Angst erzeugen bei den Menschen, dann wirken wir entgegengesetzt zu dem Plan Gottes. In 1. Johannes 4, Vers 18 und 19 heißt es, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Das heißt, wenn ich ein falsches Bild von Gott habe, wo ich mich vor Gott fürchte, dann schade ich mir selbst. Diese Trennung von Gott ist schon die Strafe. Ja, also was im Griechischen hier durchkommt, jetzt wird hier so ausgedrückt, hat mit Strafe zu tun, heißt, in der Furcht ist die Strafe schon enthalten. Dass ich mich fürchte und Angst habe, ist schon die Strafe für mich, weil es mir schadet. Es ist nicht etwas, was Gott mir willkürlich auferlegt, um mich zu strafen, sondern die Strafe liegt in der Sache selbst. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Gott zeigt uns, dass er uns sowieso schon liebt. Wir können nichts tun, um seine Liebe zu bekommen. Aus dem einfachen Grund, weil wir sie schon haben. Wenn wir das erkennen, erfahren wir Heilung. Mit diesem Grundgedanken, mit diesem Hintergedanken, kommen wir jetzt zu diesem Thema, was auch in der Lektion behandelt wird, nämlich die Zerstörung Jerusalems. Die Zerstörung Jerusalems ist auch das erste Kapitel im großen Kampf, im Buch vom Schatten zum Licht. Also dem wichtigsten Buch, was wir den Menschen da draußen geben, wo wir ihnen den großen Kampf nahe bringen wollen, wo wir ihnen nahe bringen wollen, was der Charakter Gottes ist. Die Wichtigkeit seines Gesetzes, wie seine Regierung, sein Reich funktioniert. Und es ist interessant, dass dieses ganze Buch beginnt mit eigentlich so einem eher verstörenden Thema. Also es ist nicht gerade ein schönes Thema, sein Buch zu beginnen, die Zerstörung Jerusalems. Aber kann es sein, dass das ganz bewusst gemacht ist, um hier von Anfang an etwas sehr Wichtiges über Gott zu sagen? Direkt im ersten Kapitel. Und wir wollen jetzt sehen, wie diese beiden Prinzipien, diese beiden entgegengesetzten Motive uns helfen, so ein Ereignis richtig einzuordnen. Welche Prinzipien finden hier statt? Welche Akteure haben wir hier in diesem Ereignis? Also vielleicht ganz kurz, wann war die Zerstörung Jerusalems? Das war 70 nach Christus. Also ungefähr 40 Jahre nach der Kreuzigung Christi. Und das war, wo die Römer unter General Titus Jerusalem zuerst belagert und dann zerstört haben und der Tempel und alle alles zerstört wurden. Aber die Christen hatten eben eine Warnung bekommen vorher, dass sie fliehen konnten. Aber alle, die nicht geflohen sind, sind darin umgekommen. Und dann ist natürlich die Frage, warum fand dieses Ereignis statt? Warum wurde Jerusalem zerstört? Nun, Jerusalem war die Stadt Gottes und es war das Zentrum des jüdischen Volkes. Es war ja seine Stadt. Es war das Zentrum des Volkes, von wo aus das Licht in die Welt gehen sollte. Aber hier ist es zu einem Punkt gekommen, wo genau dieses Volk diesen Auftrag ja nicht erfüllt hat. Sondern sogar ihren eigenen Gott umgebracht haben, anstatt ihn der Welt zu verkündigen. Denn als der Messias kam, haben sie anstatt ihn anzunehmen, ihn umgebracht. Und so sieht man eigentlich in der Zerstörung Jerusalems die letzte Konsequenz der Trennung von Gott. Nach einem sehr langen Werben Gottes um dieses Volk ihn anzunehmen, seine Liebe zu erkennen, ihr zu vertrauen und danach zu leben und sie zu verkündigen. Wenn man das permanent bis zur größten Offenbarung, die Gott bringen kann, nämlich am Kreuz, ablehnt, kommt diese ultimative Trennung von Gott und es endet sozusagen in der Zerstörung Jerusalems. Das ist die letzte Konsequenz. Deshalb ist es geschehen. Die Frage ist nur, welche Mechanismen sind da abgelaufen? Wie kam es jetzt zu der Zerstörung? Also die Frage des Wies. Wie genau kam es dazu? Wie sehen wir Gottes Rolle da drin? Wie sehen wir vielleicht Satans Rolle da drin? Wie sehen wir die Rolle von Menschen und von Engeln da drin? Das wollen wir uns jetzt anschauen anhand dieser Prinzipien, die wir schon zur Grundlage gelegt haben. Und ich möchte euch mal zeigen, wie selbst im ersten Kapitel im Buch vom Schatten zum Licht hier einfach welche Worte verwendet werden, um dieses Ereignis zu beschreiben. Es heißt hier, die Prophezeiung, die er hier aussprach, hatte eine doppelte Bedeutung. Es geht um die Prophezeiung von Jesus, wo er mit seinen Jüngern auf den Ölberg steht und sagt, hier wird alles zerstört werden. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Und es heißt hier, sie bezog sich zunächst auf die Zerstörung Jerusalems, schilderte aber zugleich die Schrecken des jüngsten Tages. Also es wird nicht nur das Ereignis 70 nach Christus beschrieben, sondern auch das Ende der Welt. Das fragen ja die Jünger. Was wird das Zeichen des Endes der Welt und deiner Wiederkunft sein? Und er beantwortet beides in einem. Er spricht von der Zerstörung Jerusalems, aber gleichzeitig vom Ende der Welt. Und somit hat es eine doppelte Anwendung. Das werden wir später auch noch sehen, wie uns dieses Ereignis hilft, das Ende der Welt und die sieben letzten Plagen zu verstehen. Und jetzt heißt es hier weiter, Ellen White's Worte, Jesus schilderte den aufmerksamen Jüngern die Strafgerichte, die über das abgefallene Israel hereinbrechen würden und insbesondere die Vergeltung, die über sie kommen würde, weil sie den Messias verschmähten und kreuzigten. Jetzt ich möchte euch fragen, wenn ihr diese Worte lest, ja, dass hier Strafgerichte über sie kommen und da kommt Vergeltung, welche Assoziationen haben wir als Menschen, wenn wir das hören? Wie stellen wir uns Gott vor, wenn diese Worte verwendet werden? Ich denke, wir haben durch den Hintergrund, den wir in dieser Welt haben, sei es durch die Medien oder wie Satan es auch geschafft hat, diese Worte mit bestimmten Assoziationen zu belegen, haben wir, ohne dass wir uns richtig dagegen wehren können, bestimmte Vorstellungen und es löst auch bestimmte Gefühle in uns aus und wir müssen uns fragen, ist das das, was Gott möchte, was es in uns auslöst? Schafft das Vertrauen und Liebe zu Gott? Die Bibel selbst beschreibt diese Zerstörung Jerusalems in einer interessanten Art und Weise. Schon im fünften Buch Mose wird dieses Ereignis angekündigt, hier in Kapitel 28 ab Vers 49, wo es heißt, der Herr wird ein Volk aus der Ferne gegen dich aufbieten, gegen dich, also er spricht hier zu seinem Volk, das Volk Israel. Vom Ende der Erde, das wie ein Adler daherfliegt, ein Volk, dessen Sprach du nicht verstehen kannst. Wir werden gleich sehen, dass das von den Römern spricht. Ein Volk mit hartem Angesicht, das keine Rücksicht kennt gegen den Greis und mit dem Knaben kein Erbarmen hat. Und wie der Herr sich euretwegen zuvor freut, euch Gutes zu tun und euch zu mehren, so wird der Herr sich euretwegen freuen, euch zu verderben und euch zu vertilgen. Und ihr werdet herausgerissen aus dem Land, in das du jetzt ziehst, um es in Besitz zu nehmen, denn der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen. Also die Bibel drückt es hier selbst so aus, dass Gott das macht, oder? Ja, dass er sich sogar freut, sie zu verderben und zu vertilgen, indem er diese andere Nation gegen sie bringt, die sie zerstört und zerstreut. Das ist, wie die Bibel es ausdrückt. Und wir wissen, dass das wirklich von der Zerstörung Jerusalems durch die Römer spricht, denn Ellen White in Patriarchen und Propheten bezieht sich genau da drauf. Sie sagt, durch den Geist der Weissagung überschaute Mose die ferne Zukunft und schilderte die schrecklichen Ereignisse, die sich bei Israels endgültigem Untergang als Volk und bei der Zerstörung Jerusalems durch die römischen Heere genauso abspielen sollte. Und dann zitiert sie die Verse, die wir gerade gelesen haben. Und es gibt noch andere Beispiele in der Bibel, auch im Neuen Testament. Das Gleichnis vom Hochzeitsgewand, das Jesus gibt. Matthäus 22, wo der Vater eine Hochzeit für seinen Sohn macht und die Gladenen, die zur Hochzeit kommen, sie müssen dann dieses Hochzeitsgewand mitbringen. Aber sie lehnen diese Einladung ab und zweimal kommen sie nicht und dann lesen wir in Vers 7 die Reaktion des Königs. Und wer ist der König? Also wer ist der Sohn? Der Sohn ist der Sohn Gottes, das ist Jesus. Und wer ist dann der König? Das ist Gottvater. Und es heißt hier, als der König das hörte, wurde er zornig, sandte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Und dieses Gleichnis hat Jesus während seines Dienstes gegeben. also circa 40 Jahre vor der Zerstörung Jerusalems. Und auch hier lässt uns Allenweit wieder wissen, dass sich das erfüllt hat in der Zerstörung Jerusalems. Das über die Juden ausgesprochene Urteil kam über sie in der Zerstörung Jerusalems und in der Zerstreuung des Volkes. Das ist Allenweights Kommentar zu diesem Gleichnis. Also wir sehen, welche Sprache hier die Bibel verwendet. Ist das jetzt dieses Strafgericht Gottes? Ist das seine Vergeltung? Dass er diese Mörder umbringt? Er spricht hier von den Juden. Dass er die Stadt anzündet. Also wie sollen wir diese Sprache verstehen? Wie sollen wir damit umgehen und das in Harmonie damit bringen, wie wir vorhin gesehen haben, dass wir keine Furcht vor Gott haben sollen? Dass er, wie wir von Allen White gesehen haben, nicht mal Gewalt anwendet? Dass das nicht zu den Prinzipien seiner Regierung gehört? Ich möchte nochmal dieses Zitat in Erinnerung rufen, dass die Bibel ihr eigener Ausleger ist und die Heilige Schrift mit sich selbst verglichen werden muss und wir das Gesamte betrachten müssen. Und genau wenn es um das Verstehen dieser ganzen prophetischen Geschichte und dieser beiden Prinzipien geht, ist dieses Prinzip absolut wichtig. Also was ist unser wichtigster Maßstab? Es heißt vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung muss jede Wahrheit des Wortes Gottes in dem Licht studiert werden, das vom Kreuz Golgatha scheint, damit sie richtig verstanden und gewürdigt werden kann. Also wenn wir so ein Ereignis wie die Zerstörung Jerusalems verstehen wollen, müssen wir es im Licht des Kreuzes verstehen. Wir müssen sozusagen Jesu Charakter wie er Gott offenbart hat, vor allem am Kreuz zum obersten Maßstab nehmen, für alles. Alles muss in diesem Licht gesehen werden. Ellen White geht so weit zu sagen, alles, was der Mensch von Gott zu wissen braucht oder wissen kann, ist im Leben und Charakter seines Sohnes offenbart. Das ist eine starke Aussage. Das ist eine starke Aussage. Das heißt, egal wo ich hingehe in der Bibel, es muss mit dem übereinstimmen, was Jesus in seinem Leben als Mensch im Fleisch offenbart hat. Denn das ist, was sie im Kontext weiter beschreibt. Es geht um die Offenbarung, die er im Fleisch gebracht hat. Wenn ich irgendetwas meine zu erkennen über Gott in der Bibel, aber ich finde dieselbe Sache nicht im Leben von Jesus, muss ich nochmal nachdenken und nochmal studieren und versuchen die Dinge in Harmonie miteinander zu bringen. Also wie lesen wir die Bibel? Was ich jetzt hier für euch habe, ist die Einführung von Ellen White noch vor dem ersten Kapitel im großen Kampf. Und wir wollen uns wirklich mal Zeit nehmen, um zu schauen, wie viel Zeit sie sich nimmt und bevor sie überhaupt anfängt, den großen Kampf zu beschreiben, uns darauf einzustimmen, wie wir überhaupt an die Bibel rangehen sollen, wie wir sie lesen sollen, was überhaupt Inspiration bedeutet, um diese Ausdrücke, diese Texte, die wir dort vorfinden, nicht falsch zu verstehen. Also was sagt sie hier in der Einleitung zum großen Kampf. Sie sagt, die Bibel weist auf Gott als ihren Verfasser hin, doch sie wurde von Menschenhand geschrieben und die verschiedenen Ausdrucksformen ihrer Bücher zeigen Merkmale der jeweiligen Schreiber. Die Wahrheiten sind alle offenbart worden, also von Gott eingegeben, doch sie wurden in menschlichen Worten aufgeschrieben. Und sie beschreibt jetzt noch genauer, was sie damit meint, worauf sie hinauswillen. Sie macht hier einen Unterschied zwischen diesen Dingen, die in der Bibel geschrieben sind und was sie jetzt sagt. Sie sagt, die zehn Gebote sprach Gott selbst und schrieb sie mit seiner eigenen Hand nieder. Sie sind göttlichen, das heißt wirklich absolut allein göttlichen und nicht menschlichen Ursprungs. Die Bibel hingegen mit ihren göttlichen Wahrheiten ist in menschlicher Sprache verfasst. Und das gilt für die ganze Bibel. Das gilt auch für die Stellen im Alten Testament, wo dann Menschen geschrieben hat und Gott sprach und so weiter. Es sind trotzdem menschliche Worte, die wiedergeben, was Gott gesagt hat. Sie sagt, die Bücher der Heiligen Schrift wurden in verschiedenen Epochen von Menschen geschrieben, die nach ihrer gesellschaftlichen Stellung, ihrem Beruf, ihren geistigen und geistlichen Fähigkeiten sehr unterschiedlich waren. Ich meine, ihr müsst euch das mal so vorstellen, wenn Gott ein Gott ist, der sich nicht aufzwingt, der niemanden zwingt, sondern der wie so auf Augenhöhe auch mit uns kommunizieren will, dann kann er nur mit dem arbeiten, was er vorfindet. Er kann Menschen gebrauchen, sie inspirieren, kann ihn Dinge verständlich machen, aber er kann sie auch nicht zwingen in dem Maße, per seiner Übermacht, dass sie jetzt einfach etwas verstehen, sondern er muss mit ihren geistigen Fähigkeiten arbeiten, die unterschiedlich sind. Und deswegen schreibt stilistisch große Unterschiede in diesen Büchern, sondern auch eine Vielfalt in der Art, wie die Themen dargestellt werden. Die Schreiber bedienten sich unterschiedliche Ausdrucksweisen. Denkt an die Ausdrücke, die wir gerade gelesen haben, wie Gott auch dargestellt wird in seinem Handeln. Es heißt, oft wird dieselbe Wahrheit von dem einen nachdrücklicher betont als von dem anderen und wo mehrere Schreiber dasselbe Thema unter anderen Gesichtspunkten und Umständen darstellen, mag der oberflächliche, nachlässige oder voreingenommen Leser Ungereimtheiten oder Widersprüche sehen. Merkt euch das, denn werden wir sehen, einmal wird so gesagt über Gott und einmal so. Aber die Kunst ist jetzt, das in Harmonie miteinander zu bringen, ohne eine Seite runterfallen zu lassen. Ners heißt, während der nachdenkende gottesfürchtige Forscher mit klarer Einsicht eine grundlegende Übereinstimmung erkennt. Indem die Wahrheit durch verschiedene Persönlichkeiten dargestellt wird, lernen wir sie aus immer neuen Blickwinkeln kennen. Ein Schreiber zeigt sich von der einen Seite eines Themas stärker beeindruckt und erfasst jene Dinge, die mit seiner Erfahrung, seinem Wahrnehmungsvermögen oder seinem Verständnis übereinstimmen. Ein zweiter sieht es unter einem anderen Blickwinkel, aber jeder stellt unter der Leitung des Geistes Gottes das dar, was ihn am meisten beeindruckt. So beleuchtet jeder eine bestimmte Seite der Wahrheit und gerade dadurch entsteht eine vollkommene Harmonie. Also alles miteinander vergleichen, die ganze Geschichte mit einbeziehen. Erst dadurch wird die gesamte Wahrheit deutlich. Sie sagt, es verbindet sich zu einem vollendeten Ganzen. Und erst dann können wir die Wahrheit erkennen. Deswegen ist es so gefährlich, einzelne Texte rauszunehmen aus der Bibel und sagen, da steht es doch, so ist Gott, fertig. Es steht geschrieben. Ja, natürlich es steht geschrieben, aber dann auch bitte alles zusammen in Harmonie miteinander. Und wenn es heißt, wir sollen das Wort miteinander vergleichen, wer ist das ultimative Wort? Jesus selbst, das Wort, das Fleisch wurde und gezeigt hat, wie das Wort zu verstehen ist, vor allem Gottes Charakter. Also Gott wollte die Verkündigung seiner Wahrheit menschlichen Mittlern anvertrauen, er selbst hat durch deinen Heiligen Geist die Menschen dazu befähigt, diese Aufgabe wahrzunehmen, er hat den Verstand des Einzelnen bei der Auswahl so gelenkt, dass jeder wusste, was er zu sagen oder zu schreiben hatte. Der Schatz ist irdischen Gefäßen anvertraut worden und dennoch stammt er vom Himmel. Und jetzt kommt der wichtigste Satz vielleicht. Das Zeugnis wird mit unvollkommenen menschlichen Worten mitgeteilt. Wusstet ihr, dass die Bibel mit unvollkommener menschlicher Sprache geschrieben ist? Das ist, was Ellen White uns von Anfang an wissen lässt. Und nur wenn wir das mit einbeziehen, sind wir auch vorsichtig genug, nicht einzelne Texte rauszunehmen und sagen, ja hier steht's doch. Uns muss bewusst sein, das ist unvollkommene menschliche Sprache und Gott war einfach so genial, trotz dieser Beschränktheit der Menschen, ihrem unterschiedlichen Verständnis und der Unvollkommenheit ihrer Ausdrucksweise es zu schaffen, dass in der Gesamtheit dann doch die Wahrheit durchkommen kann. Das ist das Geniale an der Inspiration. Im Bibelkommentar schreibt Ellen White noch, die Bibel wurde von inspirierten Menschen geschrieben, aber sie ist nicht die Denk- und Ausdrucksweise Gottes. Die Bibel ist nicht die Ausdrucksweise Gottes. Sie ist die des Menschen. Gott als Autor wird nicht dargestellt. Die Menschen werden oft sagen, dass ein solcher Ausdruck nicht gottgemäß ist. Aber Gott hat sich in der Bibel nicht in Worten, in Logik, in Rhetorik auf die Anklagebank gesetzt. Die Schreiber der Bibel waren Gottes Schreiber, nicht sein Stift. Also was das heißt ist, Gott hat die Bibel nicht diktiert. Er hat nicht diesen Stift gezwungen, das zu schreiben, was Gott möchte, sondern Gott hat, so gut er konnte, durch seinen Geist die Menschen inspiriert und so wie die Menschen es selber aufnehmen konnten und verstehen konnten und ausdrücken konnten, haben sie es dann aufgeschrieben. Und das Geniale ist, dass in der Gesamtheit die Wahrheit Gottes durchkommt und wir sie, wenn wir auch vom Heiligen Geist geleitet werden, verstehen können. Also finden wir in der Bibel selbst Hinweise, andere Ausdrücke, wie die Zerstörung Jerusalems dargestellt wird, im Gegensatz dazu, wie wir es gerade gelesen haben. Nun lesen wir von Jesus selber in Matthäus 23. Dort sagt er Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flüge sammelt. Aber ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden. Nun was drückt dieses Wort gelassen aus? Es heißt, Jesus, der Gott ist, sagt, ich würde euch so gerne retten. Und er vergleicht sich mit einer Henne, die ihre Küken beschützt. Ein so sanftmütiges Bild. ein so liebevolles Bild. Das ist Gott. Das ist, was Jesus hier sagt. Aber er sagt auch, wenn ihr nicht wollt, wenn ihr euch einfach nicht retten lasst, dann kann ich mich auch nicht aufzwingen. Denn ich bin kein Gott des Zwangs, sondern der Freiheit. Aber die Konsequenz wird sein, dass ich euch dann loslassen muss und euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden. Jetzt klingt das so, als würde Gott hingehen und diese Zerstörung selbst verursachen? Nein. Hier wird die Sprache verwendet, dass er es der Verwüstung überlässt. Dass er es zulässt. Weil er es leider muss. Denn er kann sich nicht aufzwingen. Also wenn wir alles zusammen nehmen, dann finden wir in der Bibel diese andere Sprache. Und ich möchte euch mal auch von unseren eigenen höchsten Theologen, die wir haben, adventistische Theologen, etwas sehr Interessantes dazu zeigen. Und zwar haben sie im Jahr 1986 auf der Generalkonferenz ein Papier verabschiedet für die Geschwister, einfach für uns Adventisten, das normale Fußvolk, sage ich mal. Und sie haben ein Dokument herausgegeben, das heißt Methoden des Bibelstudiums. Einfach als Hilfe für uns, dass wir so ein paar Richtlinien haben, die uns helfen, wenn wir die Bibel studieren, nach den richtigen Prinzipien vorzugehen. Und im Prinzip ist es das, was wir auch schon gesehen haben, dass die Bibel mit sich selbst ausgelegt werden muss. Aber sie haben dort einen sehr interessanten Abschnitt drin, wie wir mit schwierigen Stellen umgehen, wo Gott etwas verstörend für uns dargestellt wird, sage ich mal. In diesen bestimmten Dingen, die er angeblich tut. Und das ist auf Seite 9, ihr werdet gleich noch die Quelle davon bekommen. Sie schreiben, das sind jetzt unsere höchsten adventistischen Theologen. Die Heilige Schrift wurde zum praktischen Zweck geschrieben, den Menschen Gottes Willen zu offenbaren. Aber damit bestimmte Aussagen nicht falsch verstanden werden, ja ihnen ist schon klar, man kann da was falsch verstehen in der Bibel, aber damit sie nicht falsch verstanden werden, ist es wichtig zu beachten, dass sie an Menschen orientalischer Kultur gerichtet waren und in ihrer Denkweise wie ausgedrückt wurden. Erinnert euch an das, was Ellen White gesagt hat? Die Ausdrucksweise ist entscheidend. Wie haben die Menschen verstanden eigentlich, was sie selbst da geschrieben haben? Und sie sagen ja auch, ja okay, darauf muss man achten. Und jetzt bringen sie Beispiele. Aussagen wie Gott verhärtete das Herz des Pharao oder ein böser Geist, der wird von Gott gesandt in dieser Geschichte, in 1. Samuel 16, 15. Die Verwünschungspsalmen, ja, wo dann Leute verflucht werden im Namen Gottes oder die drei Tage und drei Nächte bei Jona als Vergleich mit dem Tod Christi werden im Allgemeinen missverstanden, weil sie aus heutiger Sicht interpretiert werden. Hintergrundwissen über die Kultur des Nahen Ostens ist zum Verständnis dieser Begriffe unabdingbar. Das heißt, man muss ihr Denken verstehen, ihre Ausdrucksweise, warum haben sie die Dinge so gesagt. Und das heißt weiter, in der hebräischen Kultur zum Beispiel wird eine Person auch für Taten verantwortlich gemacht, die sie zwar nicht selbst begangen, aber zugelassen hat. Aha, das ist genau unser Thema. Tut Gott selber die Dinge oder lässt er sie zu? Deshalb haben die inspirierten Schreiber der Bibel normalerweise Gott als aktiv Handelnden beschrieben, wenn wir mit unserem westlich-europäischen Denken sagen würden, er lässt etwas zu oder unterbindet es nicht. Zum Beispiel, dass das Herz des Pharao verhärtet wird. Also unsere Theologen sagen uns selber, wenn wir in der Bibel lesen, dass Gott etwas tut, aktiv, dann haben die Schreiber, die hebräischen Denker es eigentlich selbst so verstanden, dass wenn man das schreibt, dass Gott etwas lediglich zulässt und nicht verhindert. Es kann genauso ausgedrückt werden, aber wir heute würden das nicht mehr tun. Und deswegen ist es so wichtig, das mit einzubeziehen in unser Studium der Bibel, vor allem, wenn es darum geht, Gott, sein Charakter und sein Handeln zu verstehen. Also hier die Quelle, das ist aus Methoden des Bibelstudiums, Seite 9, was 1986 rausgegeben wird, könnt ihr auch finden hier unter dem Link, auch in dem Skript, was ich euch zur Verfügung stellen werde, könnt ihr dann dahin kommen, vom Adventverlag, gibt es auch auf Deutsch, könnt ihr das alles dann für euch nochmal nachlesen. Auch von Theologen hier im zweiten Band des Adventistischen Bibelkommentars über 1. Samuel 16, 14, da schreiben sie, die Heilige Schrift stellt Gott manchmal so dar, dass er das tut, was er nicht ausdrücklich verhindert. Okay. Kommen wir zurück zur Zerstörung Jerusalems. Und es ist interessant, wie Ellen White jetzt selber das richtige Verständnis für die Zerstörung Jerusalems ausführt. Nämlich indem sie selbst die Ausdrucksweise der Bibel ins richtige Licht rückt. Also erinnert euch, wir haben ja schon gelesen, wie sie selber diese Worte benutzt hat, dass dort Strafgerichte jetzt kommen über Jerusalem und dass das die Vergeltung ist, weil sie den Messias gekreuzigt haben. Deswegen werden sie jetzt bestraft. Wir haben gelesen in der Bibel, dass Gott jetzt diese Mörder umbringt und ihre Stadt anzündet und all das. Aber wie geht jetzt auch Ellen White her und erklärt uns, wie wir diese Worte Strafgerichte und Vergeltung zu verstehen haben? Selbst Kapitel. Sie sagt, die Juden hatten sich ihre Fesseln selbst geschmiedet und den Becher der Rache gefüllt. Die vollständige Vernichtung ihrer Nation und all die Leiden, die ihnen die Zerstreuung in alle Länder folgten, waren die Ernte einer Saat, die sie selbst gesät hatten. So sagt der Prophet in Hosea, Israel, du bringst dich ins Unglück. Also buchstäblich im Englischen steht da, du hast dich selbst zerstört. Und dann sagt sie weiter, ihre Leiden werden oft als Strafe dargestellt, mit der sie auf einen direkten Befehl Gottes hin heimgesucht werden. Das ist erstmal nur eine Aussage. Ihre Leiden werden als Strafe dargestellt, der sie auf direkten Befehl Gottes heimgesucht werden. Und so lesen wir ja viele Dinge aus dem Alten Testament. Die Frage ist, ist das eine richtige Darstellung? Entspricht eine solche Darstellung der Wahrheit, wie die Bibel verstanden werden soll? Also können wir hingehen und sagen, ja, in der Bibel steht es, Gott macht das auf direkten Befehl, das ist die Strafe, so steht es geschrieben. Nein, Ellen White geht hin und sagt uns ganz klar, was wir tun, wenn wir es so darstellen. Sie sagt weiter, auf diese Weise versucht der große Betrüger sein eigenes Werk zu verbergen. Hier sehen wir die beiden entgegensetzten Motive und wie Satan versucht, Gott genau das anzudichten, dass Gott so ist, aber in Wirklichkeit ist das Satans Vorgehensweise und deswegen ist es so wichtig, dass wir einen Unterschied machen, denn wenn wir dazu leichtfertig sind und Gott hier unten als denjenigen darstellen, der auf direkten Befehl hin Strafen sendet und diese leiden und somit sein Volk heimsucht als Strafe dafür, dass sie seinen Sohn umgebracht haben. Was wir dann tun, ist Satans Werk. Das ist, was sie hier sagt. Auf diese Weise versucht der große Betrüger, sein eigenes Werk zu verbergen. Halsstarrig hatten sie die Liebe und Gnade Gottes zurückgewiesen und so den Schutz Gottes selbst verloren. So konnte Satan über sie bestimmen, wie es ihm gefiel. Die schrecklichen Grausamkeiten, die bei der Zerstörung Jerusalems verübt wurden, sind der Beweis dafür, wie rachsüchtig Satan seine Macht über jene ausübt, die sich seiner Herrschaft unterstellen. Also was wir bei der Zerstörung Jerusalems gesehen haben, war tatsächlich Satans rachsüchtige Macht. Es war nicht Gottes rachsüchtige Macht, es war Satans. Wir können kaum ermessen, wie sehr wir Christus unseren Frieden und Schutz zu verdanken haben. Nur die Macht Gottes hält Satan davon ab, die Menschheit ganz unter seine Herrschaft zu bringen. Ungehorsame und Undankbare hätten allen Grund für Gottes Gnade und Langmut Dankbar zu sein, denn er ist es, der die grausame Macht des Bösen im Zaum hält. Wenn man jedoch die Grenzen der göttlichen Geduld überschreitet, werden diese Beschränkungen aufgehoben. Also das ist der Punkt, wo Gott sich nicht mehr aufzwingen kann. Das ist, was hiermit ausgedrückt ist. Er kann nicht auf ewig diesen Schutz geben. Und jetzt den folgenden Satz habe ich mal wirklich so gut wie möglich Wort für Wort aus dem Englischen übersetzt, weil er so wichtig ist. Sie sagt, Gott steht dem Sünder nicht als Vollstrecker des Urteils gegen Übertretung gegenüber, sondern er überlässt die Ablehner seiner Barmherzigkeit sich selbst, um zu ernten, was sie gesät haben. Ein sehr, sehr, sehr wichtiger Satz, denn sie macht ja einen Unterschied zwischen zwei verschiedenen Arten, wie wir uns das Kommen der Strafe vorstellen. Stellen wir uns die Strafe so vor, dass Gott persönlich dort dasteht und dieses Urteil an uns vollstreckt, sozusagen eigenhändlich, per äußerlich physischer Gewalt, weil wir seine Regeln übertreten haben. oder sagt sie, nein, 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 Gott ist eigentlich eher der, der sich zurückzieht und uns Gesetzmäßigkeiten überlässt, die wir selbst in Gang gesetzt haben, wo wir selbst eine Saat gesät haben und jetzt selber deswegen auch die Strafe in dem Sinne ernten. Und Ellen White macht sehr deutlich, dass das ein wichtiger Unterschied ist, denn wenn wir diesen Unterschied nicht machen, dann haben wir womöglich ein Bild von Gott, von dem Satan möchte, dass wir es über Gott haben. Und wir sehen schon, alles hängt letztendlich damit zusammen, wie wir am Ende eigentlich Gottes Gesetz verstehen. Verstehen wir Gottes Gesetz als Regeln, die jetzt er belohnen oder bestrafen muss, je nachdem, ob wir uns daran halten oder nicht. Oder ist Gottes Gesetz nicht vielmehr das, was wir als Gesetzmäßigkeiten ausdrücken würden. Die Schöpfungsgesetze, die Gott gemacht hat, nachdem das Leben funktioniert und die er auch weiter aufrecht erhält und ausführt und wo wir diejenigen sind, die sich außer Harmonie damit stellen und dadurch die schädlichen Konsequenzen ernten. Das ist ein wichtiger Unterschied und alles hängt am Ende damit zusammen, wie wir Gottes Gesetz verstehen. Und sie sagt eben, jeder verworfene Lichtstrahl, jede verschmähte oder unbeachtete Warnung, jede geduldete Leidenschaft, jede Übertretung des Gesetzes Gottes ist eine Saat, die ihre entsprechende Ernte hervorbringt. Wird dem Geist Gottes beharrlich widerstanden, zieht er sich schließlich von dem Sünder zurück. Und das ist, wie sie unten schreibt, die sichere Strafe, die der Schuldige auf sich zieht. Sie beschreibt hier ganz genau, wie diese Strafe kommt. Hier in Für die Gemeinde geschrieben Band 1 beschreibt sie auch noch mal wunderbar, wie wir das Gesetz Gottes zu verstehen haben. Sie sagt, das Gesetz der Zehn Gebote sollte nicht so sehr von der Verbotsseite als vielmehr vom Blickwinkel der Gnade ausbetrachtet werden. Seine Verbote garantieren unser Glück, wenn wir sie beachten. Nehmen wir es in Christus an, wird es in uns die Reinheit des Charakters hervorbringen, die uns Freude bis in alle Ewigkeit schenken wird. Für den Gehorsam ist das Gesetz ein Schutzwall. Keine Einschränkung, so wie Satan uns das weismachen will, sondern ein guter Schutz. Wir können darin die Güte Gottes erkennen, der einerseits den Menschen die unveränderlichen Grundsätze der Gerechtigkeit enthüllt und sie andererseits vor dem Bösen, das aus der Übertretung erwächst, zu bewahren sucht. Also Gott möchte uns bewahren vor dem Bösen. Und es heißt ja auch, das Böse kommt nicht von Gott, sondern erwächst aus der Übertretung selbst. Sie erklärt es jetzt noch genauer. Wir sollten Gott nicht so sehen, dass er nur darauf wartet, den Sünder für seine Sünde zu bestrafen. Vielmehr zieht sich der Sünder die Strafe selbst zu. Seine eigenen Handlungen ziehen eine Reihe von Umständen nach sich, die mit Sicherheit Folgen haben. Was beschreibt sie hier? Gesetzmäßigkeiten. Saat und Ernte. Jede Übertretung hat ihre Rückwirkung auf den Sünder, bewirkt in ihm eine Charakterveränderung und macht ihn anfälliger erneut gegen das Gesetz zu verstoßen. Durch ihre Entscheidung zu sündigen sagen sich die Menschen selbst von Gott los und trennen sich vom Segensstrom und als sicheres Ergebnis folgen Selbstzerstörung und Tod. Wo in dieser Gleichung hat Gott jetzt äußerlich physische Gewalt angewendet, um die Sünde zu bestrafen? Nirgends. Dass das Einzige, was Gott tut, ist natürlich seine Gesetzmäßigkeiten, die nicht von alleine ablaufen, aufrechtzuerhalten. Aber es ist der Mensch selbst, wie N.Y.T. beschreibt, der sich selbst zerstört. Und so lesen wir jetzt mal hier vom Sabbat, auch aus der Lektion, da schreiben sie am 6. April, in der Zerstörung Jerusalems entdecken wir eine Vorahnung der Strategie Satans, das Volk Gottes in der Endzeit sowohl zu täuschen als auch zu vernichten. Und Jesu Belehrung Matthäus 24 stellt die endzeitlichen Ereignisse eindeutig in den Kontext des Falles von Jerusalem. Also wir haben ja schon gelesen, dass es eine doppelte Bedeutung hat. Die Ankündigung von Jesus über das Ende der Welt hat er verbunden mit der Zerstörung Jerusalems, weil es nach den gleichen Prinzipien abläuft. Also wenn wir jetzt ans Ende der Welt denken und die Zerstörung die dort kommen wird, nämlich die sieben letzten Plagen und wir haben jetzt schon bei der Zerstörung Jerusalems abgelaufen ist. Was sagt uns das dann über die sieben letzten Plagen? Wie drückt jetzt wieder die Bibel selbst das aus? Es heißt sieben Engel, welche die sieben letzten Plagen hatten, denn mit ihnen ist der Zorn Gottes vollendet. Oder und dann wird beschrieben in Offenbarung 16, wo zu den Engeln gesagt wird, geht hin und gießt die Schalen des Zornes auf direkten Befehl Gottes gehen seine heiligen Engel hin und bringen jetzt aktiv diese Plagen. Oder sie kommen von Gott. Er sendet sie. Aber gibt es vielleicht noch ein Beispiel auf Morgen 18, wo dieser laute Ruf kommt, aus Babylon heraus zu kommen, damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Und dann heißt es in Vers 8, darum werden an einem Tag ihre Plagen kommen, Tod und Leid und Hunger und sie wird mit Feuer verbrannt werden, denn stark ist Gott der Herr, der sie richtet. Also wieder haben wir diese Sprache, dass Gott derjenige ist, der diese Plagen sind, der sie richtet, sie wird mit Feuer verbrannt und man bekommt den Eindruck, das macht Gott alles. Aber wir haben ja schon gelernt, wir müssen alle Texte mit einbeziehen und gerade in der Offenbarung ist das wichtig, die sich der Sprache aus dem Alten Testament bedient und die auch symbolisch geschrieben ist und wo wir jetzt wie bei keinem anderen Buch hingehen müssen und es auslegen müssen, wie diese Symbole und diese Sprache zu verstehen ist. Also haben wir in der Offenbarung selbst vielleicht den Hinweis, wie wir es auch schon bei der Zerstörung Jerusalems hatten, wo es hieß, das Haus ist euch verwüstet gelassen, haben wir auch hier in der Offenbarung den Hinweis über die Plagen, dass man es auch anders verstehen kann? Nur es gibt mehrere Stellen, ich zeige euch eine in Offenbarung sieben. Denn da werden die Plagen einfach durch die vier Zerstörung bringenden Winde dargestellt. Und hier heißt es, danach sah ich vier Engel an den vier Enden der Erde stehen, die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind wehe über die Erde, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum, damit sie keinen Schaden zufügen. Also so wie es hier dargestellt wird, dass die Engel diese Winde festhalten, dass sie sie noch verhindern, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie was tun, wo sie sie loslassen. Also hier ist es ein Loslassen, ein Geschehen lassen. Und Gott ist eigentlich damit beschäftigt, das aufzuhalten, es zu verhindern, bis zu einem Zeitpunkt, wo es einfach nicht mehr verhindert. Also haben wir auch hier diese Idee, dass die Plagen eigentlich nicht etwas sind, was Gott aktiv bringt, sondern was er an einem bestimmten Zeitpunkt zulässt. Und das ist auch, was Anne White hier schreibt im Review und 1897 und sie macht auch diesen Übertrag hier von der Zerstörung Jerusalems hin zur Endzeit. Und wir lesen das mal, weil da noch einige andere interessante Aspekte deutlich werden. Es heißt, die Juden setzten ihren Kurs der Ablehnung Christi fort, bis sie in ihrem selbst betrügerischen, verblendeten Zustand dachten, dass sie Gott einen Dienst erweisen würden, wenn sie ihn kreuzigen würden. In Johannes 16, 2 heißt es, sie werden euch sogar nicht nur aus den Synagogen ausschließen, sondern töten und denken, Gott damit einen Dienst zu erweisen. Und dann sagt er, das tun sie, weil sie weder mich noch den Vater kennen. Also so verblendet kann man am Ende sein, dass man denkt, man würde in dem Akt jemand anderen umbringen, Gott darstellen, nach Gottes Willen handeln, in Übereinstimmung mit seinem Charakter handeln. Aber es gibt nichts, wo man ja entfernter von Gott entfernt sein könnte, wenn man so handelt. Hat Jesus, der den Charakter Gottes offenbart hat, jemals jemanden Leid angetan, jemals jemanden verletzt oder gar umgebracht? Nein. Aber wie wir vorhin gelesen haben, alles, was man über Gott Wissen braucht oder wissen kann, ist im Leben seines Sohnes offenbart. Und da wir das in Jesu Leben nicht finden, können wir auch sicher sein, dass Gott nicht so ist. Aber jetzt heißt es weiter, so wird es allen gehen, die sich den Bitten des Geistes Gottes widersetzen und darauf beharren, das zu tun, von dem sie wissen, dass es falsch ist. Wenn man dem Geist einmal widerstanden hat, wird es weniger schwierig sein, ihn ein zweites Mal zu widerstehen. Wenn wir an der Unabhängigkeit des natürlichen Herzens festhalten und die Zurechtweisung Gottes ablehnen, werden wir, wie die Juden, trotz der deutlichsten Beweise hartnäckig unsere eigenen Absichten und Ideen verfolgen und in der Gefahr stehen, genauso verführt zu werden, wie sie. In unserer blinden Verblendung können wir genauso weit gehen, wie sie und uns dennoch einbilden, wir würden für Gott arbeiten. Und jedes Mal, wenn wir irgendwo denken, müssten Zwang ausüben oder Druck, um jemanden zu unseren Vorstellungen zu bekehren, Weg weitergehen, werden ernten, was sie gesät haben. Ihnen wurde eine Zuflucht geboten, aber sie lehnten sie ab. Die Plagen Gottes werden fallen und er wird sie nicht aufhalten. Also hier wird klar gesagt, dass Gott die Plagen an einem bestimmten Punkt nicht aufhalten wird. Und das heißt ganz klar, dass er sie in dem Sinne nicht sendet. Oder ich meine, wie soll das gehen? Will er mit seinem Arm die Plagen senden und mit seinem anderen Arm hält er seinen anderen Arm auf? Also es geht nur eins. Gott ist der, wie wir vorhin gelesen haben, der es eben nicht verhindert, aber es wird nur so ausgedrückt, deswegen, weil er sie sendet, weil das das hebräische Denken war. Und auch die griechischen Schreiber im Neuen Testament haben das hebräische Denken gehabt, das orientalische Denken. Wir sind es, die mit dieser Ausdrucksweise ein Problem haben, aber wenn wir die Bibel und vor allem Jesus es erklären lassen, wissen wir, wie wir es einordnen können. Und es ist so schön, dass selbst in der Lektion es richtig wunderbar dargestellt wird, was eigentlich dort bei der Zerstörung Jerusalems geschehen ist, wie am Sonntag, den 7. April. Dort schreiben sie, es ist schwierig, ein Ereignis wie die Zerstörung Jerusalems im Licht von Gottes liebenden Charakter zu verstehen. Die Geschichte zeigt, dass Zehntausende starben, als der römische General Titus seine Armeen gegen die Stadt führte. Jerusalem wurde verwüstet, Männer, Frauen und Kinder wurden abgeschlachtet. Wo war Gott, als sein Volk so sehr litt? Die Antwort ist klar, aber nicht ganz einfach zu verstehen. Sein Herz war gebrochen, seine Augen waren mit Tränen gefüllt. Seit Jahrhunderten hatte er die Hand nach seinem Volk ausgestreckt. Durch dessen Rebellion gegen seine liebende Güte hatte es seinen göttlichen Schutz verwirkt. Gott greift Seidung seines Volkes zu begrenzen. Er lässt die natürlichen Folgen der Rebellion zu. Gott hatte das Abschlachten unschuldiger Kinder bei der Zerstörung Jerusalems nicht verursacht. Der tragische Tod der Unschuldigen war das Werk Satans, nicht Gottes. Also ich bin sehr dankbar, dass das so klar da gesagt wird. Was jetzt natürlich interessant ist, das werden wir heute nicht mehr machen, aber ich in den nächsten Wochen werden wir Gelegenheit dazu haben, uns jetzt zu fragen, wie sieht es denn dann mit anderen Begebenheiten und Ereignissen in der Bibel aus, wo Gott beschrieben wird oder wo es so ausgedrückt wird, dass er etwas Bestimmtes tut oder etwas Bestimmtes sendet, auf seinen Befehl hin. Aber wo wir vielleicht einen zweiten Blick drauf werfen müssen und etwas im größeren Zusammenhang im ganzen Kontext der biblischen Geschichte und vor allem von dem sehen müssen, was Jesus über Gottes Charakter uns offenbart hat, sodass wir diese Geschichten und Ereignisse tiefer verstehen können. Gottes Handeln darin und wir so ein Bild von Gott bekommen, das uns mehr zu ihm zieht, das unsere Furcht vor ihm nimmt, das wieder ein absolutes Urvertrauen zu ihm herstellen kann, sodass wir wirklich in eine innige Liebesbeziehung zu unserem Vater treten können, zu so einem sanftmütigen Gott, dem wir uns anvertrauen, dem wir unser ganzes Leben übergeben können und auch noch Freude dabei haben und ihn bitten, uns in unserem Innersten umzugestalten in dieses wunderbare Ebenbild, nämlich in Seins. Und deswegen ist es so wichtig, im großen Kampf einen klaren Unterschied zu machen zwischen Licht und Finsternis, zwischen dem, was Gott ist und ihn zu befreien von allen Täuschungen, die Satan uns über ihn verkaufen möchte. Denn es stellt unsere Vertrauensbeziehung zu Gott wieder her, was unsere Erlösung bedeutet. In der Bibel heißt es, das ist das ewige Leben, dass wir Gott und seinen Sohn Jesus Christus, den er gesandt hat, erkennen. Dass wir sie wirklich kennen, wie sie wirklich sind. Das wird uns verändern. Das wird diese große Veränderung der Erlösung in uns bewirken, die wir brauchen. Und ich hoffe, dass das immer klarer wird in diesem Studium. Zum Abschluss wollen wir noch einmal zusammenfassen, was wir jetzt gelernt haben und mitnehmen wollen aus diesem Studium. Wir haben gesehen, Liebe und Egoismus sind diese zwei entgegengesetzten Motive, die im großen Kampf zwischen Gott und Satan um die Herrschaft streiten. Und durch die Sünde sind wir selbst mit einem falschen Bild von Gott infiziert. Wir können das gar nicht ändern. Wir haben das einfach. Und das lässt in uns mit falschen Charakterzügen erscheinen. Charakterzüge, die eigentlich Satan gehören. Und davon müssen wir befreit werden. Das ist die Wahrheit, die Jesus gebracht hat, wo er gesagt hat, die Wahrheit wird euch freimachen. Frei von den Lügen Satans über Gott. Und obwohl die Zerstörung Jerusalems durch manche Verse als direkt von Gott veranlasst erscheint, geschah dieses Ereignis nicht als Strafe auf direkten Befehl Gottes. Und wir haben auch gesehen, Gott ist nicht der Vollstrecker des Urteils. Also wir sehen, wenn wir diese beiden entgegensetzten Motive nehmen und auf die Zerstörung Jerusalems anwenden, wie wir leicht Gott falsch darin sehen können. Aber wie uns auch der große Kampf geholfen hat, Gott richtig zu sehen. Und wenn wir diese Prinzipien einmal verstanden haben, dann können wir zu jedem Ereignis in der Geschichte des großen Kampfes gehen und sicher sein, es muss mit Jesus übereinstimmen. Es muss einfach dieses Prinzip der selbst aufopfernden Liebe, die keine physische Gewalt um zu zwingen einsetzt, anwendbar sein. Die Ausdrucksweise der Bibel wird erst durch Vergleichen und durch den von Christus im fleisch offenbarten Charakter Gottes verständlich. Denn die Bibel ist in unvollkommener menschlicher Sprache geschrieben. Ja, sie ist inspiriert, alles darin. Aber wir verstehen diese Inspiration erst wirklich, wenn wir vom Heiligen Geist geleitet werden. Und was macht der Heilige Geist? Der Heilige Geist lest Johannes 15 16 seine Aufgabe ist auf Jesus hinzuweisen. Er spricht nicht von sich selbst. Seine ganze Aufgabe ist Jesus zu erhöhen. Das heißt, wenn wir die Bibel lesen und sagen, wir brauchen den Heiligen Geist, weil er uns in alle Wahrheit führt, diese Wahrheit ist Jesus. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das heißt, die Bibel und der Leitung des Heiligen Geistes zu lesen, bedeutet, alles unter dem Blickwinkel und dem Licht von Jesus zu lesen. Und erst dadurch können wir alles im rechten Licht, im Licht der Welt lesen. Und so haben wir eben auch gesehen, die sieben letzten Plagen laufen als Antitypus der Zerstörung Jerusalems nach denselben Prinzipien ab. Also wir brauchen uns nicht vor Gott zu fürchten in dem Sinne, was er über uns bringen wird, sondern Gott ist der jenige, der sagt, kommt unter meinen Schutz. Wie er die Küken sammeln will, unter seinen Schirm. Er ist unser Fels, er ist unsere Burg und in ihm haben wir Zuflucht. Und wenn wir uns ihm anvertrauen und ihm nachfolgen, dann wird er uns durch diese letzte Zeit bringen. wichtigste ist, dass wir auf Jesus schauen und uns von dem, was er über Gott offenbart hat, uns leiten lassen. Denn dann gehen wir sicher. Lasst uns zum Abschluss noch einmal beten. Himmischer Vater, wir wollen dir von Herzen danken, dass du uns immer klarer offenbarst, wie du wirklich bist, dass du uns befreist von allen Lügen und Täuschungen, dass wir dich als unseren sanftmütigen Gott erkennen dürfen, der immer das Beste für uns möchte, der uns nie Leid zufügen möchte und auch nicht wird. Hilfe, dass wir uns niemals täuschen lassen und dass wir uns niemals von dir lossagen, sondern dir vertrauen bis ans Ende, so wie du verheißen hast, dass du bei uns bist, bis ans Ende. Mögest du jeden einzelnen leiten, der jetzt dabei ist oder es auch später sieht, im Studium deines Wortes und Erkenntnis deines wunderbaren Charakters, dass wir auch vorbereitet sind, Antwort zu geben, wenn wir gefragt werden und dich den Menschen so darstellen, dass sie deine Liebe erkennen und zu dir gezogen werden und jede Furcht vertrieben wird. Danke Herr und wir loben und preisen dich in Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.